Ich bin jetzt nur ein bisschen da auf, weiter können wir körperchen, ich bin jetzt schon heute hier, dass ich bin. Ja. Hey, Celine. Na, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie war dein Tag so? Da, 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 da. Ja. Just give me more. Hey, Alter, na. Gib mir doch mehr Smaragde, Digga. Ja, weiß nicht. Also ich hab grundsätzlich noch mal alle Felsen appgebaut. abgebaut weil ich nicht speziell in die die geguckt haben wo es die gibt die sind einfach komplett überall irgendwie habe ich den tag überlebt ohne jemanden umzulegen und wie geht es euch so ja ich bin müde ja ich habe auch heute noch niemanden also ich hatte auch noch nicht das bedürfnis jemanden umzulegen außer mich selber weil ich aus versehen sachen verkauft habe die ich nicht hätte verkaufen sollen hier im spiel und ich deswegen jetzt noch mal gründen kennt man ja gib mir edelsteine suchen wir nach einer spalte wir zertrümmern können jawohl es tut mir leid ich laufe halt viel im kreis herum als ob jemand meinen körper lenkt und ich noch im bett liege ich bin auch im level aufgestiegen level 26 ja ich bin wie gesagt ich bin immer sehr viel im grinden offline und dadurch entstehen dann solche lustigen dinge wie ich bin plötzlich level 26 man kennt das man kennt das ne das ist dann wahrscheinlich verlinke ich bin immer da die ganze felsen überall abgeklappt habe dein inventar ist voll oh scheiße ich will diesen rucksack von wally ich will generell die klamotten die die hier tragen ja das ist aber nicht genug es wird nie genug sein niemals werde ich befriedigt sein an outfits ich will immer mehr und mehr und mehr da merkt man dass ich keine fantasy spieler ich bin so eine glämmer schlampe ich habe Hessen download ich habe ihnard ich habe ein klemmmer das ist wie das im atmen ja da kommt was grünes ein smaragd ja wo die hat mir den letzten smaragd gegeben yes baby wo ist merlin merlin wo bist du ich komm dich holen ich will doch nur spielen ach der ist im restaurant ja da restaurante ich ihn ja macht das tinker viel spaß beim essen machen fühle ich bin auch so selbst bei animal crossing ständig klamotten shoppen ja ja fühle ich salat er will einfach nur salat alles klar ich habe auch salat gemacht heute salat der will einfach nur salat habe ich das rezept ja ja hab ich du bist hier schön denn uns bleibt nicht viel zeit die dinge nun sich scheint immer ein bisschen magischer zu sein wenn du der nähe bis ich habe deine bestellung ich bin mit ihm auch schon auf level 8 bin ich total zufrieden danke meine liebe du willst tomaten super da muss wahrscheinlich einfach nur eine tomate reinschmeißen wetten ja ich bin gut kenne ich mir dann habe ich trotzdem immer dasselbe an ja ja ich fühle euch ich fühle euch einfach so hart ehrlich hallo hey sie mal an wer da ist ich habe deine bestellung mit dem zauberstack kannst du deine outfits wechseln oder kann man keine klamotten kaufen da muss man sich erst mal umziehen zum kotzen danke zwerg so wird das geben wir ihm jetzt alles jetzt kommt schon uns arbeit wir haben alle zutaten die wir brauchen nun zur verzauberung higitos pikidus omebos fein lästige pflanzen ist es zeit zu gehen jaja meine gießkanne ist abgegradet so das sollte genügen teste sie an einigen der kleinen pilze die einen weg in das dorf blockieren und jetzt sind fort mit ihr es gibt viel zu tun entferne im dorf kleine stellen mit großen pilzen ja dann mach doch gerne walli ne ehrlich du musst dich immer so hart im weg stehen das darf doch auch folgen mit hass mit hass ich mein was dann machen wir mal ein paar pilze weg so jetzt geht euch jetzt an den kran ihr pilzigen pilze aber erst mal 100 die erde stein hier raus weil wir müssen geld machen leute ich suche derzeit er ich suchte derzeit er dass der doppelte crossing etwas links liegen holt er nur die punkte ab wenn dann wieder raus bei einem crossing müsste ich mal wieder von neu an ich war da seit wo ich war da ewig nicht mit drin ewiglich war ich nicht mehr dort entferne kleine stellen die kleinen pilze soll ich weg machen aber wieso kriege ich jetzt die großen nicht weg ja ich bin ich kümmere mich später um dich ich will aber die großen weg machen aber das ist auch schon mal viel wert ja ja ich bin ich kümmere mich später um dich ich will aber die großen weg machen das ist gerade voll gut naja man sollte sich auch mit dem zufrieden geben ja ich weiß es nicht das was du gewünscht hast kehrt zurück zu merlin wo ist merlin denn wieder okay der ist immer noch bei remy im restaurant er war disney bin ich auch die ganze zeit dann suchten also man sieht man sieht ja mein mann sieht ja mein stream sich fast nur noch disney die verzauberung hat funktioniert wunderbar wir haben zwei wichtige dinge herausgefunden dass die gereinigten nachtscherben mächtige hilfsmittel sind und eine möglichkeit diese lästigen pilze zu beseitigen ein wirklich produktives unterfangen cool jetzt komm schon uns erwartet viel arbeit ich habe etwas für dich süßigkeiten traumscherben blauer bartmann guck mal du kriegst eine traumscherbe da bist du schon mal auf level 9 ich sehe nur chattoos du bist hier schön denn uns bleibt nicht viel zeit ich habe was für dich blauer bartfaden habe ich gerade nicht dabei aber süßigkeiten kann ich machen glaube ich oder ich lüpfe meinen hut ich lüpfe meinen hut ich lüpfe meinen hut kopf mal kurz rezept süßigkeiten süßigkeiten Ich finde ganz bunt hab ich 40 von drinnen du kannst doch das automatische auffüllen Ach, da steht automatisches Aufhören. Okay. Ja, wir haben Süßigkeiten. So. Hallo? Ja, ich hab was für dich. Süßigkeiten. Ich bringe zwei Geschenke, baue Zitrine ab. Wir sind toll. Albtraumhafte Wandleuchte, wie cool. So, blauer Bartfaden wollte der. Blauer Bartfaden. Ich brauch blauen Bartfaden. Blauer Bartfaden, blauer Bartfaden, blauer Bartfaden. War da nicht gerade eine? Da. So, ich hab welchen, den bringe ich ihm schnell. So, auf geht's. Äh, äh. Ich hab was für dich. Guck mal, so level ich den auch, indem ich ihm einfach Geschenke bringe. Lass uns abhängen. Und jetzt den fort mit dir. Ja, komm. Ach, ein halbes Level hast du noch da. Ja, ein halbes Level muss ich noch mit ihm. Krieg ich auch noch voll. Gut, dass du hier bist. Äh, mir gefällt dein Stil. Ich liebe Pünktchen. Das ist eins meiner Lieblingsmuster. Welche Muster magst du? Einfarbig. Die sind auch schön. Ich mag Rot und Pink sehr. Tschüss. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ich habe etwas für dich. Ähm, sie mag Stachelbeeren, Beeren-Salat, orangefarbene Stern-Lilie. Willst du einen Apfel? Erstmal Apfel geben. Warte, ich hab noch was für dich. Guck mal hin, Bern. Wie die sich jetzt so gar nicht drüber freut eigentlich. Äh, geil. Ich hab was für dich. Ähm. Warte. Ach, genau, die hast du doch auch Stachelbeeren. Nee, die hab ich grad nicht dabei. Ich hab was für dich. Äh, hier eine Traumscherbe. Junge, bist du schwerst beeindrucken. Ähm. Hier, nimm den. Ja, geht doch. Ja, über sowas freust du dich. Ne, typischen Vibe. So. Jetzt hat die aber auch... Was hat sie zu sagen? Ja, warte. Ja, ohne Scheiß, ne. So, was machen wir mit ihr? Sammeln. Könntest du mir bitte helfen? Ja. Oh, Seike, ich bin so froh, dich zu sehen. Ist das nicht ein bezauberndes Dorf? Ich würde gerne ein paar der Schillen Blumen pflücken. Hast du Lust, mich dabei zu begleiten? Ja, klar. Wunderbar. Ich habe im Wald ein paar blaue Blumen gesehen. Lass uns zusammen welche pflücken gehen. Vielleicht gäbe ich sie sogar diesem charmanten Mickey. Oder vielleicht auch nicht. Es ist mir so peinlich, dass ich mich nicht mehr an ihn erinnere. Ab wiedersehen und vergiss nicht, ich hab dich lieb. Und vergiss nicht, ich hab dich lieb. Oh mein Gott, ist die nicht süß? Ist die nicht süß? Ist die nicht süß? Oh, warte. Warte. Pflücke blaue Sternlilien im Wald, Mini. In welchem Wald? Ich habe hier mehrere Wälder. Hier wird es bald. Ja, nee. Ich glaube, das geht um... Äh, äh, äh. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Aber hier hast du hier jetzt rechts von... Also quasi hinter dir, der Wald, wo du eben warst. Ich gucke jetzt mal nach. Kleidungsset, so. Ähm, wir gucken mal ganz kurz... Da, blaue. Wald der Tapferkeit. Wald der Tapferkeit. Kommt, Mini. Auf geht's. Marsch, Capello. Ah, jetzt habe ich nur sie dabei, ne? Äh, das ist Quest. Aber ist Mery eigentlich trotzdem normal mit? Ich laufe tatsächlich in die falsche Richtung. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Ey, Mery müsste normal was eigentlich trotzdem mit? Naja, ich habe sie... Es ist ja egal. Ich ist ja egal. Achso, oh. Du hast da was ausgespuckt. Ihr feine Mini. So, wir sammeln jetzt zusammen ganz viel und dann geht das schon. Blaue Blümchen brauchen wir jetzt. Halten sie ausschauen nach blauen Blumen. Guck mal. Guck mal. Die da ist lila. Blau. Was habt ihr alle mit der Farbe blau? Ich bin blau auch schön, aber ich bin nicht so süchtig nach blau. Die hier. Jep, hab sie. Ich hab schon mal eine. Guck mal, da ist noch eine. Wie fröhlich sie grinst. So richtig zufrieden. Also die Drogen, die sie nimmt, die hätte ich jetzt auch gern. So, wir brauchen nur noch zwei Blümchen. Dann sind wir fertig, du. So, ja, sonst kannst du aber auch irgendwie nachvollziehen und verstehen. In der Regentur auch die. Hau ich da auch bei mir. Sieht doch so fertig, die von der Däpfchen. So zum Legen. Die ist mir nicht ein Glas. Komm Mini, wir brauchen nur noch ein Blümchen für dich. Weißt du, dann kann ich dir die Sache mit dem Bienen und dem Blumen mal klären. Guck mal, die ist schon fast auf Level 3. So muss das. Das war das falsche Loch. Okay. Level 3. Wunderschön. Ich hab das falsch. Ja, ich kann mal jetzt noch, äh. Wie leicht falsch verstehen, ich weiß. Es war nicht mal Absicht. Hier fehlt nur noch ein Blümchen. Eine fucking Blume. Jetzt komm schon, Digga. Gib mir die scheiß Blume. Es ist wie mit den Champignons, ne? Das macht einfach so aggressiv. Ich glaube, ich kann mich hier wenigstens die von Mini noch fertig kriegen heute. Ich glaube, ich kann mich auch nicht mehrmals machen. Wie natürlich ist die Flügel. Ja, ein Edelstein! Ach nee, wir brauchen noch zwei Blümchen. Okay. Zwei fucking Blumen brauchen wir noch. Okay, okay. So, jetzt haben wir ganz viele Orangen. Äh, Zitron. Das ist Zitron. Junge. Ja, verdienen nebenbei Dreamlight. Find ich gut. I like this. So. Ich brauch Blumen für die Mini, sonst wird die nicht mehr glücklich. So. Ich brauch Blumen. Habt ihr das gesehen, wie die mich mit Knoblauch beschmeißt? Alter. Alter. Mädchen. Alter. Warum wachsen diese doofen Dinger nicht einfach so instant nach? Aber nein, du musst dir doch Zeit lassen mit deiner Quest. Ich will mir nicht Zeit lassen mit meiner Quest. Ja, jetzt haben wir die Sachen auch schon gefragt. Die mag teilweise nachwachsen. Das kennt nichts auch von der Zukunft mit. Okay, dann geh ich jetzt zur nächsten Bergbank. Und dann mach ich erstmal Eisenbahn und dann gucken wir gleich nochmal hier oben. Manchmal hilft es schon, wenn man einfach das Gebiet verlässt. Boah, das ist ein dicker Edelstein. Das nenne ich mal einen riesen Bogen. Guck mal, da kommt noch einer. Damn you. Yay, Level 4! Ich weiß nicht, bis so Level 8 leveln die halt voll schnell und dann lassen die sich halt voll viel Zeit. Ah, ich hätte sagen, ab 6 lassen die sich so fast Zeit. Ah, ab 8 ist es echt, ist es wirklich, dass sie sich noch weit auslesen und nicht mehr Zeit lassen. Ah, ich finde, bis Level 8 geht das eigentlich echt schnell. Ich hab da nicht mehr Zeit auf Stehen zu kriegen, wenn ich dauernd dran gesessen hab, ich dachte, da hätte ich das Schwierde. Oh. Oh. Meeow. Ah, mein Ding ist mir zum Weg. Meeow. 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 Blob. Mal gucken, hab ich schon noch Platz im Inventar? Yes, hab ich. So. Meeow. So, wir machen jetzt ganz viele Eisenbarren, so viele wie wir können. Meeow. Zwölf. Meeow. 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 Ja, wir kannst kurz gucken. So brauchen wir noch zwei Hartholz und 50 Fasern. Die kriegen wir hin. Meeow. Müssen wir gleich ein bisschen angeln gehen. Hallo, Kumpel. Verkaufen. das wäre es darum, wenn ich die verkaufen würde das wäre jetzt wieder so ein typischer Psycho-Move so kaufen ja, wir haben 21.000 Volt so die Quest-Dinger machen wir mal hier oben wieder hin ach, da hat da oben keinen Platz mehr okay so so, dann gehen wir jetzt mal angeln ich bin gespannt, was die nächsten Figuren da werden die kommen werden ja, ich bin auch echt gespannt also also eine Figur müsste ja kommen obwohl ich bedenke, die müsste jetzt eigentlich, die müsste eigentlich, wenn wir dann mal, äh, wie sind wir beim größeren Update, müsste die auf jeden Fall kommen also eine, weil ich da auf jeden Fall kommen müsste so da ich aber jetzt noch ein paar Pflichten in meiner Gilde zu tun habe, Leute werden wir jetzt mal jemanden raiden gehen ich gucke mal, wer gerade online ist äh, die, 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 die ja, komm, Raid der spielt gerade Medivir Dynasty und Medivir Dynasty fände ich das immer gut bleibt drinnen lasst ein bisschen Liebe beim Teilarius und, äh, ne wir sehen uns morgen oder ich zwinge den Schatz dazu, dass er morgen Roberto anschmeißt, ne also immer schön frech bleiben bleibt bitte im Raid und hinterlass ganz viel Liebe bei dem Newton-Jungen bis morgen ja 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 aber das ist, das ist echt